ja grüß euch leute hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal noch mal eins gleich vorweg sorry falls es hier zu irgendwelchen soundcracks heute kommen sollte meine stimme ist etwas weg ich sage es mal ganz einfach so aber nichtsdestotrotz ziehen wir das jetzt hier durch ja worum geht es in diesem video hat es vielleicht schon im videotitel beziehungsweise haben wir gesehen wir gucken uns heute mal das thema wildcrypt an das heißt was das ist was die hardware kostet wie es mit dem token aussieht und so weiter und so fort also das system ist schon mehrfach bei unserer community angefragt wurden und einfach die sagen starten wir einfach mal ein ja weil krepp verdienen sie geld in denen sie ihren hotspot teilen verkaufen sie daten zu ihrem tarif weiter schürfen sie weit geboten nebenbei also hier kriegt man natürlich auch drucken deswegen ist es ja natürlich auch ein projekt was bei uns ist da wenn man sie andere sich mit ihrem hotspot verbinden das heißt im grundprinzip ich drücke es mal relativ einfach aus ihr stellten hotspot hin die leute künsten mit verbinden können den tarif bezahlen wenn ihr das wollt das könnt ihr frei definieren wenn ihr bekommt halt eben die gelder quasi aus dem bezahlten hotspot und natürlich noch eine belohnung in wildcrypt token gucken uns aber auch gleich noch mal ein bisschen mehr im detail an also es wird auf der seite wildcrypt.com alles wirklich gut beschrieben sage ich jetzt mal guckt euch auch bitte noch mal ein wie gesagt du johan research informiert euch noch mal zusätzlich selbst bevor irgendwas kauft oder irgendwas in der richtung ihr seht auch hier auf der seite findet ihr auch einen rechner und das bedeutet ihr könnt halt eben hier eure wildcrypteinnahmen berechnen ich habe es eben mal probiert so richtig funktioniert das nicht ja also ich habe zumindest kein ergebnis rausgekriegt werden wir eben interessant zu wissen aber wie gesagt ihr habt ihr die möglichkeit auf den rechner zu kalkulieren wie für wnt also wie für wildcrypt network token bekommt ihr letztendlich wenn ihr da letztendlich mitmacht ja und von daher probiert es einfach mal aus vielleicht klappt es bei euch ja hier ist noch mal die wildcrypt funktion letztendlich also hotspot heilen und wnt verdienen den zugang zu günstigen internetdaten und verdienen sie gleichzeitig wnt durch gemeinsame nutzung aus wlan das heißt es ist ein hotspot sieht so aus das teil gucken uns auch gleich noch mal etwas genauer an und ihr stellt ihn auf verbindet den mit auch wlan könnt auch eine sim karte rein machen oder irgendwas in der richtung ja und bietet halt ist eben an zum beispiel als public hotspot das heißt draußen in dem café oder wenn ihr selbstständig seid hat ein café oder irgendwas in der richtung oder halt eben allgemein für die allgemeiner zur verfügung in großen städten macht das auch sinn halt eben dann den hotspot aufzumachen dann verdient ihr dran und habt natürlich auch die möglichkeit zu diesem tarif den ihr einstellen könnt das werden wir uns auch noch mal angucken ja und so funktioniert letztendlich das ganze erstellen sie in wlan hotspot erstellen sie ihren hotspot netzwerk oder kette netzwerken und bieten community kostenlos und nach ihm tarif sich in high speed inneren zugang an und werden sie mit hand ist mit wnt belohnt jetzt auch hier noch mal das heißt ihr stellt das gerät auf könnt ihr natürlich könnt ihr den auch selber nutzen ganz klar ihr habt aber auch die möglichkeit den public zu machen entweder als free hotspot also dann nutzt halt eben eure internetverbindung ist klar oder macht halt eben tarif drauf wir kriegen die seite hat ihm angezeigt hier keine ahnung pro tag ein euro und so wird das halt eben dann berechnet ja aber wir werden es halt eben sehen ich denke dass ich das mehr und minder so nur in größeren städten lohnt also ich weiß nicht anbieter wechseln also habt ihr die möglichkeit hier ist das wünschen auf dem gerät zwischen 4g 5g also auch lte geschichte und glasfaser also je nachdem also das ist wirklich sehr breit kompatibel wie gesagt gucken auch gleich noch mal genau hier noch mal wnt während jeder internet sitzung abbauen das bedeutet ihr bekommt halt eben die belohnung bin ihr auch selber das bei grip nutzt beziehungsweise auch den hotspot ja und so weiter und so weiter also wie gesagt schaut euch bitte auch noch mal in ruhe ein weil ich kann jetzt auch hier keine gewähr oder irgendwas geben ich werde es auf jeden fall selber ausprobieren ich werde mal so ein bei grip also hier sonst weiter zu schicken lassen dann werden wir das gemeinsam einrichten und dann werden wir auch herausfinden was bei rum kommt letztendlich weil ich vermute mal dass es auch so ein bisschen lokationsgebunden ist und wir sind ja mehr oder minder etwas außerhalb von der stadt beziehungsweise im vorort da ist natürlich die frage ob es funktioniert weil das wlan was das gerät sendet das sind 200 meter oder irgendwas habe ich gesehen das ist eher unwahrscheinlich dass irgendjemand mit der app von ycrypt unseren hotspot nutzt weil wie gesagt wir sind relativ weit weg vom schuss hier ja also von daher ja denke ich mal wird es vielleicht nur was für große städte keine ahnung wir werden sie auf jeden Fall sehen ja da seht ihr noch mal ein paar transferte unternehmen sind ein bisschen die sponsoren auch gelistet auch die shops wo es letztendlich das ganze gibt hier gibt es noch mal die ganzen anwendungs geschichten also quasi das geschäft in der community heim und persönliche nutzung ich denke das wird er unsere baustelle dann gibt es noch mal die produkte die hotspots sozusagen city wlan das gibt ein explorer map man kann den native bridge gibt es man kann als als unternehmer zum beispiel auch werbung bei wikrypt im netzwerk schalten und so weiter und so fort also es bringt schon extrem viel mit und ich will es auf jeden fall mal ausprobieren mal gucken was letztendlich warum kommt ob sie es letztendlich lohnt oder nicht weil der hotspot ist ja auch nicht gerade günstig sage ich jetzt mal also ich finde es jetzt auch nicht unverschämt teuer aber es gibt schon die bin projekt wo man halt eben für den günstigen preis rankommt also hier noch mal der rechner ja ja und zwar man hat wohl die hardware war jetzt auch irgendwo aufgelistet wir gucken noch mal ganz kurz kommen wir runter genau es gibt quasi drei unterschiedliche hardware sage ich jetzt mal es gibt ein lux spinne und gigabit also ihr seht also drei unterschiedliche ausführungen wir gucken uns mal so die goldene mitte an das heißt wir wollen mal spider uns anschauen ist die webseite ist nur 11 auf deutsch übersetzt das braucht ihr definitiv um damit teilzunehmen ihr seht es auch hier wlan darum geht es halt eben hier aber maximal 300 mbit also die übertragungsgeschwindigkeit wir haben ein gigabyte lux habe ich mir noch nicht angeschaut kommt aber auch für den was wir testen wollen auch nicht in frage ja es gibt mehrere möglichkeiten sich das gerät zu kaufen sozusagen und ich bin ja immer fan davon wenn das halt eben auch meine vertrauenswürdigen partner gekauft wird im champion hat momentan da das heißt die haben den bei grip spider für euch am start ihr seht hier 320 euro ist nicht gerade wenig gebe ich euch natürlich vollkommen recht ist aber auch schon alles dabei es ist verzollt es ist versteuert sozusagen das heißt sie kommen nicht mehr kommt nicht noch eine überraschung dazu sondern ihr bestellt dass das wird euch geschickt sozusagen hier aus deutschland und dann ist es bei euch da ohne dass noch mal die deutsche post oder irgendwas jemand der hand aufhält und sagt die wir wollen noch mal einfach um das steuern und so weiter und so fort also für den preis ist bei euch und mit den rabattcode crypto stars kriegt er noch mal zehn prozent rabatt aber ich denke das wissen die meisten von euch von daher link packe ich euch natürlich in die beschreibung rein ja es war das eine hoch leistungsfähiges gerät ohne internen akku und kann bis zu 70 gleichzeitig kleinverbindungen aufrecht erhalten das heißt bis zu 70 sessions kann das gerät gleichzeitig das ist wenn ihr zum beispiel das irgendwo in der stadt geparkt habt das teil und ihr das als hotspot anbietet habt also beziehungsweise 70 leute die möglichkeit den hotspot zu nutzen funktioniert natürlich auch ich sag mal ein paar kneipen irgendwo wollte eben den wlan da ist und ihr habt eben den vorteil ihr könnt halt eben internet anbieten und kriegt noch den token dazu das ist eine recht coole geschichte eigentlich ja dieses produkt wurde entwickelt und benutzer in den meisten ländern bei den meisten netzbetreiber weltweit 3g 4g hochkönigkeitsinternet anzubieten das heißt dass halt eben auch jeder in den genuss kommen kann quasi internet benutzen über den hotspot den ihr betreibt na ihr könnt ja quasi jetzt hier noch mal waren hier geht er quasi rein von auch normalen router standard netzwerkkabel und dann kriegt das gerät netz und verteilt dann halt eben beziehungsweise man hat die möglichkeit dass ich dann halt eben damit zu connecten mit der app hier seht ihr noch mal die produktmerkmale beziehungsweise auch features also lte war das endgerät lede weil krepp os ist halt eben drauf schnell und stabiles wifi gerät bis zu 100 mb ich dachte irgendwo 300 m bits gelesen zu haben aber gut war das da kommt jetzt auch nicht drauf ein ist auf jeden fall schon relativ schnell lte frequenzbänder werden unterstützt allen möglichen kommt sie den laden anschlüsse neuen dbi abnehmbare antennen unterstützung gps fähig usb schnittstelle ram und so weiter und zwar passiert noch mal quasi die das ist quasi das weiter das ganze noch mal erläutert sozusagen und auch so sieht halt eben dementsprechend das gerät aus ja also wir machen mit wir probieren es aus das projekt das bedeutet bei krypt werden wir ausprobieren ich werde so ein teil mir zukommen lassen also einen bei krypt spider und dann probieren wir das mit euch zusammen aus wir haben wir die app installieren werden mal gucken was effektiv bei rum kommt ich habe gesehen dass es ja auch noch eine staking möglichkeit gibt und so weiter und so fort und dann ja werden wir schauen ob sie es halt eben lohnt ob sie es nicht lohnt wie sieht es mit dem roi aus oder return und im west wir haben halt eben dementsprechend sehen ja bevor man zum schluss kommt noch mal auf den token beziehungsweise guck muss man den token an den token den gibt es ja schon seit zwei jahren dächtig habe ich gesehen wir können ja mal gucken wann haben wir hier so den den kurs zumindest ja wir haben jetzt hier schon dezember 21 das sind ja schon fast drei jahre wo es zumindest eine kursaufzeichnung letztendlich gibt von von krypt also das ist ja der token ihr seht ihr auch noch mal die märkte letztendlich ab hier drum habt ihr die möglichkeit ins wort durchzuführen bei maxi habt ihr auch die möglichkeit zu handeln und quick swap also das geht auf jeden fall könnte meines achtens noch ein bisschen mehr sein in anführungsstrichen ihr seht jetzt hier noch mal das handelsvolumen in den letzten 24 stunden sieht eigentlich auch soweit ganz gut aus ja also hier bewegt sich definitiv ein bisschen was aber halt eben der kurs ihr seht wir sind aktuell bei drei cent und wenn man sieht wenn man jetzt mal sich den jahres scharf anschaut was dann noch möglich ist das wäre dann wahrscheinlich eher so eine so eine geschichte entweder kaufen heute oder halt eben wenn es im betrieb ist liegen lassen stecken und dann halt eben keine ahnung verkaufen wenn der preis halt eben dementsprechend höher ist ihr seht hier immer schön im jahres chart was möglich ist ja seht ihr hier zum beispiel 28 12 letzten jahres also kurz vor jahreswechsel mit 52 cent das ist schon richtig gut selbst wenn man jetzt kaufen würde wäre das auch in ordnung wenn es wieder auf den preis geht auch wie gesagt ich weiß es nicht wir sind auch keine gurus was das angeht mit irgendwelchen handeln quasi und kochen und heißt es nicht gesehen also das ist nicht nicht unsere kernkompetenz ich sage es mal ganz einfach so ja wie gesagt der token ist da guckt euch einfach mal ja machen wir jetzt mal einen haken dran an die geschichte zumindest auch mal für das video guckt euch an bei grip.com ist die website vielleicht ist es was für euch vielleicht auch nicht einstiegskosten habe ich euch gerade erklärt hier bei m champion zum beispiel 320 euro mit dem gutschein code crypto stars kriegt er noch mal zehn prozent rabatt ihr werdet höchstwahrscheinlich in anderen shops das auch bekommen ihr müsst halt eben nur beachten dass hier die einfuhrumsatzsteuer und alles schon mit im preis inbegriffen ist das heißt es müsste nicht noch zusätzlich zahlen ja und ihr könnt ihr ganz easy peasy mit paypal quasi bezahlen und das ding ist halt innerhalb von nächsten tagen bei euch zuhause ja und von daher ja soll es das von mir gewesen sein bitte du ja und wie schon bitte sorry bitte du ja und research informiert euch noch mal zusätzlich selbst lest euch bitte alles noch mal in ruhe durch und weiß euch und kauf entscheiden sollte sie denkt bitte noch mal drüber nach ja das war es von mir ich bedanke mich bei euch ich wünsche euch ein schönes wochenende bis die tage bis später ciao